Du hast Probleme in Latein? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung. Auf meiner Website findet ihr Massen an Lern-Tutorials, Übungen, Klausuren zu allen Themen perfekt auf den Lernstoff angepasst. Werde jetzt einer von vielen Usern und gehe den Weg zur 1 in Latein. Link in der Beschreibung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute den Titel gesehen habt, gehen wir heute mal spezifisch auf die Zeitverhältnisse im ACI ein. Falls ihr meine Videos zum ACI generell noch nicht gesehen habt, könnt ihr die gerne auf meinem Kanal auschecken. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr den ACI an sich schon mal verstanden habt, bevor wir jetzt genauer auf die Zeitverhältnisse eingehen. Also falls du jetzt schon so weit bist, dass du dich mit den Zeitverhältnissen beschäftigen kannst, fangen wir direkt mal an mit dem Video. So, zunächst stellt sich dann natürlich die Frage, welche Zeitverhältnisse gibt es denn beispielsweise? Und zwar gibt es da drei wichtige, die man so kennen muss. Zum einen gibt es die Vorzeitigkeit. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel für eine Vorzeitigkeit. Wir haben hier Präsenz und dann im Das-Satz Perfekt. Das ist jetzt schon auf einen ACI eigentlich aufgebaut. Also wir haben hier in dem Hauptsatz, nenne ich es mal, Präsenz und danach in diesem Das-Satz einen Perfekt. Somit haben wir hier eine sogenannte Vorzeitigkeit. Das Ganze gibt es natürlich aber auch in der Nachzeitigkeit. Das ist hier in dem Fall dann Perfekt im Hauptsatz und dann im Das-Satz ein Präsenz. Und wer gedacht hat, natürlich, es gibt noch ein weiteres und das ist die Gleichzeitigkeit. Gleichzeitigkeit, ich denke mal, das sagt der Name auch schon. Wir haben hier im Hauptsatz ein Präsenz und im Das-Satz ebenfalls ein Präsenz. So, ich denke mal, das ist relativ einfach zu verstehen. Man hat hier ganz normal, wenn man es übersetzt, eben entweder eine Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit oder Gleichzeitigkeit. So, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie erkenne ich das Ganze? Denn, das ist eigentlich so das Wichtigste, wenn man erkannt hat, welches Zeitverhältnis es denn so gibt oder beziehungsweise welches Zeitverhältnis gerade im Satz, ja, verwendet werden muss, dann hat man eigentlich schon alle erforderlichen Informationen für die Übersetzung. Hier unten haben wir mal einen Zeitstrahl, der genau eigentlich für Latein ist. Die Quelle davon ist LearnSolution. Könnt ihr auch mal gerne vorbeigucken. Wir haben auf jeden Fall viele interessante Sachen, die man sich auch nochmal angucken kann. So, hier haben wir jetzt einmal alle Zeiten, also von Pluscomperfekt bis Voodoo 2. Und genau die muss man eigentlich auch so auswendig kennen, damit man das nachher auch übersetzen kann. So, aber ich werde euch jetzt hier einen Schritt für Schritt planen, eigentlich mal an die Hand geben, dass ihr den immer anwenden könnt, wenn ihr ein ACI habt und euch nicht ganz sicher seid, welches Zeitverhältnis ihr habt. Zunächst sucht ihr erstmal das Infinitiv und danach bestimmt ihr dieses. Also, in welcher Zeit steht der Infinitiv und so weiter. Da gibt es dann drei Möglichkeiten eigentlich. Entweder ihr findet ein Infinitiv, der im Perfekt steht. Dann habt ihr immer eine Vorzeitigkeit. Also, ganz wichtig, das müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Infinitiv im Perfekt heißt Vorzeitigkeit. Auf gut Deutsch nochmal übersetzt, das ist eine Aktion in das Satz, die vor dem Hauptsatz passiert. Also, diese Aktion im das Satz vor dem Hauptsatz. Hier könnten wir uns mal dazu ein Beispiel suchen. Die Aktion in das Satz, also nehmen wir jetzt einfach mal, dass die Aktion im das Satz im Präsent steht. Die passiert eben vor der Aktion im Hauptsatz. Also, die im Hauptsatz war später. Somit haben wir hier den Imperfekt dann. Also, Imperfekt, Hauptsatz und Präsent ist dann hier der das Satz. So, das Ganze gibt es natürlich auch noch mit der Gleichzeitigkeit. Die ist einfach zur gleichen Zeit. Und hier ist ganz wichtig, dann das Ganze zu verknüpfen mit einem Präsent. Also, wenn ihr ein Infinitiv seht, der im Präsent steht und ein ACI natürlich, dann habt ihr hier eine Gleichzeitigkeit. Also, beides könnte hier in dem Fall Präsent sein. Und dann noch als letztes haben wir noch Futur. Das ist dann eben eine Nachzeitigkeit. Da ist dann eben die Aktion im das Satz, nach der Aktion im Hauptsatz. Theoretisch hätten wir dann hier jetzt im Hauptsatz ein Präsent und dann im das Satz ein Futur 1. Um das Ganze jetzt nochmal ein Beispiel und uns nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, gucken wir uns jetzt hier mal den Satz Theophilius, Dikit, Buerum, Diskiturum, Esse. So, gehen wir natürlich wieder mit dem Schritt-für-Schritt-Plan durch. Ich werde jetzt hier nicht einzeln darauf eingehen, wie man ein ACI übersetzt, denn das gehört eigentlich zu den Basics. Wir werden hier uns jetzt nur auf das Zeitverhältnis eigentlich beschränken. Den Rest habe ich bereits ja, wie gesagt, in anderen Videos geklärt. Hier der Schritt-für-Schritt-Plan. Erstens wieder Infinitiv bestimmen. In dem Fall haben wir hier Diskiturum, Esse. Diskiturum, Esse ist eine Futur 1. Somit haben wir hier eine Nachzeitigkeit. Das bedeutet wiederum, dass die Aktion im das Satz, nach der Aktion im Hauptsatz passiert. Danach bestimmen wir das Kopfverb. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, denn ansonsten wissen wir ja nicht, was wir jetzt da genau für eine Zeit nehmen müssen. Hier haben wir jetzt in dem Fall ein Präsenz. Also, die Übersetzung Theophilius sagt, dass der Junge lernen wird. Gucken wir uns das Ganze nochmal anhand der Tabelle an, beziehungsweise anhand der Grafik, damit wir das Ganze auch wirklich ins Zimmer verinnerlichen, was denn hier überhaupt passiert ist. Und zwar, wir haben hier eine Nachzeitigkeit. Da eben der Infinitiv im Futur steht. Also, haben wir hier, wissen wir, dass die Aktion im das Satz immer nach der Aktion im Hauptsatz steht. Sagen wir das mal auf gut Deutsch. Im Endeffekt könnt ihr euch hier sicher sein, dass die Aktion im das Satz immer rechts, auf der Grafik jetzt gesehen, immer rechts von der im Hauptsatz steht. Dann müssen wir natürlich wissen, wenn es genau rechts von der im Hauptsatz steht, in welcher Zeit steht denn der Hauptsatz. Und da das Kopfverb eben Präsenz steht, also könnt ihr schon mal sagen Hauptsatz, könnt ihr euch bei Präsenz ein H einfach aufmalen, theoretisch. Und dann wisst ihr, dass genau rechts daneben, also der Infinitiv, dann der das Satz genau in der Zeit stehen muss. Und das ist Futur 1. Das gleiche könnte jetzt auch sein, wenn der Hauptsatz im Imperfekt stehen würde, also wir hier das Kopfwert nicht im Präsenz stehen hätten, sondern im Imperfekt, dann hätten wir den Hauptsatz im Imperfekt und den das Satz im Präsenz. Genau so ist es. Also einfach immer eine Verschiebung. Genau das sagt eben dieses Zeitverhältnis aus. Bei weiteren Fragen könnt ihr gerne einfach mal in die Kommentare stellen. Ansonsten habe ich auch auf meiner Website dazu einen gesamten Kurs gemacht, zu allen Themen des ersten, zweiten und auch den anderen Lehrjahren. Die kommen jetzt noch alle. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal noch vorbeigucken könnt. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.